so vom dinge her sind die einfachsten videos für mich zu machen auf paulberger rp server also vom serif und standardskinder kramix warum ist das so auf jeden fall warum kann man hier am einfachsten aufnehmen weil die leute hier die beste vorlage geben für ein schönes video ja das meinte ich damit hallo kannst du dich mitnehmen auf korrekte basis mal gucken was heute so abgeht was ich auch geil finde ist hier gibt es die performance tempel bei kramix haus 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 okay ich glaube die war schon ein anderer toller alles gibt hat es gekriegt oder jungs wollte euch vorstellen wollte ich bewerben verschwenden eure zeit kommt besser meine fraktion oha da drin steht einer den wir jetzt hier trägt unserer fraktion bei zwangsrekrutierung zwangsrekrutierung die trägt unserer fraktion weil du kannst nichts machen zwangsrekrutierung hey was macht ihr das war so nicht abgemacht was machst du ihr seid richtig welche die so genau meine fraktion reinpassen also ein auto ist leider kaputt muss leider bei uns einsteigen er ist einfach blind und taub digger ja das kommt davon ac ab für sowas kommt man eine halbe stunde knast rein 44 plus 66 ist doch einfach digger wie so ist 46 nicht 100 warte mal das kann nicht sein nein 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 das kann nicht sein digger wie falsch ja geil digger jetzt erstmal halbe stunde im so halbe stunde vergangen will nicht samana wollen ich stecke mich einfach im knast wo ich nichts gemacht habe aber die leute die mit krankenwagen für die reinfahren dann machen die natürlich nichts guck dir diese leute an ich hab nur darauf gewartet bis das passiert damit ich einen abknallen kann ich werde jetzt extra vor autos fahren und die autos werden versuchen mich umzufahren weil die leute hier gambo geil sind und dann werde ich dich abknallen so kann ich legal rdm oder ich werde versuchen dass leute sozusagen mich vom bike runterschmeißen save mein fahrrad haben wollen schaut jetzt vom fahrrad das ist jetzt meins danke warum wusste ich das abstand halten von mir halt abstand von mir mein gott war das knapp oh mein gott pauli war das knapp digger die leute sind sehr geil auf fahrräder irgendwie habe ich das gefühl die wollten alle mal fahrrad klauen das haben die davon legal rdm macht echt spaß digger eigentlich ist es ja nicht rdm weil ich habe ja einen grund haben schon unser nächstes opfer okay der erste der mich nicht auseinander nehmen wollte gg paulberger ap und er hat mein fahrrad geklaut das war selbstverteidigung das war keine selbstverteidigung da vom fahrrad das ist jetzt meins danke er hat meinen kollegen angeschossen und danach mich er hat uns beide wieder geschossen könnten wir zum würfelpark wegen einem einsatz die wollen mich picken die haben mich doch angegriffen digger jetzt wollen die bull mich auseinander nehmen hallo meine lieben freunde hallo was ist mit euch denn jo was ist hier los alter was ist hier los oh ich will mal mit dir reden nein ich will nix ich hab ich ich will nicht bleib auf abstand was willst du ja mich vorhin die leute abziehen abstechen alles mögliche was wollt ihr alle von mir ja äh was war grad los wer hat er haben die dich angegriffen oder du ihnen nicht ich geh jetzt einfach weg und tu meinen freund zu helfen digger was ist mit euch alter ja und der revivet sich selber digger sehr schönes rp digger wie viel habe ich schon abgeknallt endlich heute nicht mehr normal guckt euch diese schwachen harten an wollen sich beim pd bewerben wie armselig das sind alles npcs glaube ich ja welcher idiot stellt sich so lange an für für einen job digger in dem virtuellen spiel digger sucht euch ein real life job und ein hobby geht ins gym ich würde ich würde niemals dieses gtrp was gerade spiele privat zocken wenn ich nicht youtube machen würde es ist eine folter für mich ich werde gefoltert dadurch dass ich dieses spiel spiele meine gehirnzellen sterben langsam langsam aus so fühlt sich das also an bikes zu klauen geil bleib mal gut stehen hallo warum bleib selber stehen hier hier der sagt einfach verpiss dich du p**** seine mutter schreite mit der rott er sagt oh mann digger der will mein fahrrad klauen ich verstehe diese leute nicht digger okay eigentlich schon wollte mich einer hinter sich angreifen ey der typ lässt da auch nicht locker ne nur trauler hier digger ist nicht mehr normal ohne sinn ohne sinn was soll die scheiße alter kannst du nicht gerade ausfahren diese folge besteht gerade eigentlich nur aus vdm rdm troll digger es liegt auch daran dass ich auf diesem server hier gerade spiele aber er sagt jetzt hallo hallo aber will mich eigentlich um ja guck wusste ich will das fahrrad klauen er wird sich freuen aber die leute müssen lernen nicht erst klauen und dann sorry sorry sagen sie müssen jetzt weiß es für nächstes mal dass er nicht fahrräder klauen soll ich bin die fahrrad polizei wie geil wäre es eigentlich wenn ich diese ganze masse da vorne vdm würde hast du aus deinen fehlern gelernt guck standard skill ich sorge dafür dass dein server besser wird ne einfach nett er fragt wenigstens nicht für die anderen runterschlagen sagt mir nicht er ist jetzt nur umgedreht um mich umzufahren dieser bastard digger so ein bastard digger der macht die dickste kurve digger nur um leute umzufahren er ist hungrig er will das fahrrad haben die gibt es gerade noch nicht so genau so aber er will es haben er möchte es unbedingt dieses leckere fahrrad ich möchte es haben wie schön wäre es wenn ich jetzt auf dem fahrrad unterwegs wäre soll ich es tun ich weiß es nicht bruhh 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 bruhh